Aber Ural, so ein Ural werde ich nicht herstellen. Naja, das ist es mir in diesem Spiel nicht wert. Klar, das ist auch deren Nachteil, eh, dem auch von der Lore her, dass die halt eben weniger aushalten, weil sie halt eben einen zusätzlichen Slot und so alles haben. Aber, ah. Auf nur, ah. Na. Ah, ja, ja, ja. Da drauf. So, hier runter. Dann ist das hier das letzte Kraftwerk. Müsste dann alles Licht ausmachen. Dann noch das Gebäude. Dann war's das. Ja, das war's jetzt mit denen. Gut. Ah. Was? Warum? Der Atom. Arschkeks. Arschkeks-Turm. Na dann. Komm mal her. Und zerstört mal. Den Turm erstmal. Alles andere ist nicht feierlich. Und zerstört. Oh Gott. Zerstört den. Dankeschön. So. Jetzt kann er machen, was er wollte. Ne? Der droht. Oh. Bei uns war noch ein Kraftwerk, aber das kann nur das hier versorgen. Ah. Gut. Gut, 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 gut. Ja. Ah, du bist noch. Okay. Natürlich. Äh, so. Genau. Ganze da und dann. Es ist doch gut, dass ich den hier gehabt hab. Passt das so? Da kommen sie. Wieder kommen sie. Erschauen, reicht doch. Jetzt. Wir fahren. Statt den mal. Dankeschön. Jawohl, okay. Sehr freundlich von ihnen. Du hast... Nicht da, okay. Na dann, Yousseas. War schön, dass ihr dabei seid. Aber ihr habt euch mit der Fight-Fraktion verbindet. Oder die AC mit der... wieder rummach. Wie auch immer. Was ist jetzt? Standing by. Fertig. Okay. Wir drücken mal Munition. Munition, nachladen, dahin. Äh. Was jetzt? Berecht. Wurden Schätze ausgebeutet. Äh. Wie war's mit Nein? Okay. Ja, gut, gut. Verschwendet eure Geld hiermit. Ist in Ordnung. Bin ich... Bin ich gut. Ist absolut in Ordnung. Ja, war's das jetzt schon wieder? Tatsächlich. War ja letztes Geld. Nee, hier kommt immer wieder was, oder? Ah. Zumindest der Max-Zoom, den ich eingestellt habe, das ist 20. Absolut in Ordnung. Passt schon so. Jawohl. Wie Sie wünschen, Kommandant. Ja. Und Lame unterwegs. Roger. So, du. Da sind sie. Feuer im Maschinenraum. Ja, aber dieses Feuer-Maschinenraum ist in Ordnung. Einheit verloren. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Und du, und du. Oh Gott. Aber die halten ja nichts aus, immerhin. Trotzdem sind sie. Und du, und du. Nicht nett. Durch ihre doppelte Stärke. Ich weiß, dass sie jetzt schon... Okay, 3 1 1 1 haben ist unglaublich. So. So. Du. Kann sein, dass es jetzt E, deren letzten Angriff war. Also von daher ist das... Haben wir das noch gut geschafft. Äh, hab ich sie wieder zurückgeschickt? Guck mal her. Hier. Warte mal hoch. Wie die Energie ausschalten von der LC. Wie hier irgendwo sein müsste. Wie hier hinten teile ich von dem dort... Äh, mit der Höhenreichwerte. Okay, dann müssen wir jetzt warten, bis... Ähm, nacht ist. Jetzt haben wir ein bisschen Arschkarte. Nein. Und zurück. Ich bleib hier. So. Wodenschätze komplett ausgebeutet. Ist in Ordnung. Transporter. Komm mal her. Du reparier mal mit. Und du entladen. Letzt ein paar... Einheiten. Okay. Du darfst hier bleiben. Ist in Ordnung. Na, wann kommt das Ufer raus? Da ist das Ufer. Da ist das Ufer. Da, 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 da. Hm. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt geht Licht an. Sehr schön. Jetzt heißt... Sicht ausnutzen. So, wer ging das Gebäude? Sehr schön. Das angreifen, das angreifen, das angreifen, das und das. Regeneriert zwar, aber... Die bauen jetzt hoffentlich hier nichts hin. Sie sollten hoffentlich kein Geld mehr haben. Daher ist das... in Ordnung. Ja, natürlich. Ist das Ufer? Das Ufer schon da? Das ist eh schnell. Äh... Okay. Alle Bodeneinheiten mal bitte. So, klar. Und alle mal samt hier hin. Was jetzt? Samt Repartorenheiten. Okay. Na, wir werden jetzt gleich sehen, ob die noch was hingebaut haben. Ne, sieht nicht so aus. Das zerstört, wunderschön. Jetzt noch das. Dann dürften die kein... Wenn das hier ausgeht, dann weiß ich Bescheid. Ah, kein Strom mehr. Yes. Sehr gut. Das heißt, du kannst mal Licht anhaben. Auch wenn man es absolut nicht sieht bei dir. Die Frage... Wie viele Einheiten haben sie hier drin? Ich werde mal speichern. Ja, du kannst mal angreifen. Kann ja die Ultra... Ultra lange schnell schießen, ne. Seitdem... Wir können mal kurz gucken, wie viel... Schaden der macht. Das sind 1.000... Also von 2.000... Ne... Ne, 1.800 auf... 5.80 waren das. Das sind 220... Also 110 pro Schuss. Wie kommt das hier zustande immer? Wie kommt das zustande? Aber ich schieße halt im Ultra schnell. Also 110 Schuss... Äh, 110 Schaden pro Kugel. So, und du zerstörst hier und kriegst dadurch ein paar Level ab. Das heißt, einfach noch mehr Schaden. Bup, bup. Muss dann die keine Einheit hier drin haben. Ist alles in Ordnung. Die mir gefährlich werden könnten. Äh... Zum Beispiel das da. Tschüss. Ich habe hier so eine kleine Falle aufgebaut für euch. Falls sie mich bis dahin verfolgen können. Ihr... Machen wir jetzt bitte da hin. Falls ihr die Einheit hier angreifen wollt. Das ist wunderschön. So. Oh, hier hin. Geht denn wirklich nicht da rein. Ich will mit dem Ufo nämlich das alles holen. Regeneriert sich nicht mal. Sollte doch nicht. Angreifen. Sollte einfach nur ignorieren. So weit. Achso. Oh Gott. Ich muss vorsichtig sein. Weg da, weg da, weg da. Okay, tschüss. Schön, euch gekannt zu haben. Werdet so ein bisschen von meinen Einheiten wegrasiert, ja. Und ihr auch. Meine Einheiten ist in Ordnung. Ich brauche euch. Da unten jetzt. Ihr könnt zwar angreifen, ist mir das egal. So. Repariert. Reparatur ist besser. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Die können jetzt. Die können sich um die kümmern. Ja. Das ist in Ordnung. Tchü, 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 tchü. Nach hinten angreifen kann er nicht. Er muss irgendwie immer in die Nähe. Muss hier nicht einfach irgendwo ein Tunneleingang sein? Ich glaube, ich muss den hier hinbauen. Ah. Aber ich muss in den Untergrund. Ich muss mir die Schilder holen. Ansonsten müsste ich jetzt alles ausgelischt haben. Und auch sehr viel verloren haben. Sehr, sehr viel. Aber ich kann meine ganzen Einheiten jetzt zurückschicken. Ist in Ordnung. Fertig. Wir fahren. Nur. Das mal ordentlich anhaben. Aber du fährst mal den Weg außen herum. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob im Untergrund auch Einheiten sind. Das ist jetzt... Aber ich glaube nicht. Sicherheitshalber. Ihr bekommt einen mit. Sicherheitshalber. Warum ist der... Achso, der hat ja gar keinen Schaden mehr erlitten am Ende. Okay. Wollte gerade fragen, warum der Full-Life ist. Und dann komm mal her und mach mal. Fast perfekt. Aber nur fast. Auch konnte ich da hinbauen. Hm. So, und dahin. Artefakt lokalisiert. Dankeschön. Weg auf den Weg. Müssten die nicht irgendwo Schilde sein? Weg berechnet. Ich kann mich daran erinnern, dass die irgendwo auch Schilde sein sollen. Sorry, Mikrofon. Ich wollte dich nicht schlagen. Verhalten. Artefakt lokalisiert. Ja, da. Ja. Gut. Gut, gut. Doch, richtig Erinnerungen gehabt. Ja, dann sehen wir uns. Oh Gott, das ist wieder eine zwei Folgen. Mission. Ja, dann sehen wir uns am Ende der Mission wieder. Das ist wieder sie. Das ist wieder ein Film. Ja, dann sehen wir uns am Ende der�in. Wie geht's jedem. Ja, dann sehen wir uns an der Blick. Nun gut, da werden die letzten 5 eingeladen, jetzt sind die letzten 5 eingeladen, die lasse ich hier, das ist, hab genug, hab genug davon, und würde sagen, das war es mit der Mission, vielen Dank für so sehr, falls euch der Part gefallen hat, lasst doch mal bitte ein Like da, und wir sehen uns zur nächsten Mission dann im, ja, wir machen mal Panama, Indien, oder, ah, wir machen Panama, von oben nach unten, und wir haben jetzt, eigentlich die Forschung, die werden schon forschen können, aber bis zum nächsten Part ist die komplett erforscht, also, bis dahin, cheerio!